Vor etwa anderthalb Jahren stand ich schon einmal mit dem Herrn neben mir hier im Studio bei TV Westsachsen und ich freue mich, dass er mal wieder vorbeigeschaut hat. Hallo, Martin Hund von Pure. Hallo, schön, dass ich da sein darf. Anderthalb Jahre ist das schon her, da hatten wir drüber gesprochen, dass die Marke Pure am Markt etabliert wurde. Anderthalb Jahre, eine ganze Menge Zeit. Was gibt es seitdem Neues bei Pure? Man hört ja ständig, gut, als einer der größten Kabelnetzbetreiber in Deutschland. Da haben wir mit Pure natürlich auch zu tun, weil TV Westsachsen ist in den Netzen vertreten. Aber für die Kunden, für die Endkunden, was hat sich seitdem eigentlich getan? Ja, wir sind natürlich neu aufgestellt mit dem Namen Pure seit September 2017. 2017 schon. Genau, genau, genau. Ist natürlich sehr herausfordernd mit dem neuen Brand unterwegs zu sein und der Zusammenschluss und die Konsolidierung aus vielen Kabelunternehmen vollziehen zu lassen. Aber wir sind jetzt auf einem guten Weg und das Produktportfolio wird sehr gut von den Kunden angenommen. Da ist man ja auch ein Stück weit individualisierter auf den Kunden eingegangen. Das heißt, es können Einzelprodukte gekauft werden und natürlich auch die Gelernten alles aus einer Hand. Die Dreierkombination mit schnellem Internet, Fernsehen und Telefon aus dem Kabel. Und jetzt bietet Pure auch noch, wenn auch zeitlich limitiert, an Live-Erlebnisse. Da kommen wir später nochmal drauf. Das wollte ich nochmal ankündigen, denn es geht um ein Konzert in reichlich einer Woche von Brian Adams in Berlin. Und da hat Martin Hund nämlich ein paar Karten dabei. Aber das ist wirklich nur mal eine einmalige Sache in reichlich einer Woche. Genau. Aber das Kerngeschäft sind natürlich wirklich die Telefonie, das Internet, das Fernsehen. Was geht eigentlich alles durch dieses Kabel? Innern einem Kabel alles drin, ne? Ja, das ist ein schöner Spruch, genau. Ja, das ist natürlich, die Maßgaben der Kunden werden natürlich immer größer. Die Bandbreiten werden natürlich immer höher gesetzt. Es wird gestreamt, es wird down- und abgeloadet. Und da braucht es natürlich ein starkes Glasfaserkabel, was wir auch in Zwickau und jetzt auch in Blauen aufgerüstet haben, um natürlich schnelles Internet auch anbieten zu können, was die Kunden dann auch gerne annehmen. Das hat man erst die Tage gesehen. Da habe ich auch erst mal geschluckt. Hatte ich in einem Blog gesehen, smartride.de könnte es gewesen sein, da stand irgendwann in den nächsten ein, zwei Jahren, werden Speicherlösungen irgendwann nur noch in der Cloud sein. Die externe Festplatte hat dann ausgedient, kann ja kaputt gehen. Auf solche Firmen wie Pure kommt da natürlich richtig was zu. Jetzt ist Urlaubszeit, da werden Urlaubsfotos gemacht und am Ende laden sie alle die Fotos in der Cloud. Merkt man das, dass das immer mehr wird? Genau, also wir sind auch stetig dran, die Netze aus- und umzubauen, die Kopfstellen, wo das Herzstück der jeweiligen Stadt dann quasi in der Stadt steht, dann auch so aufzurüsten, dass die Nutzungseigenschaften dann auch dargestellt werden können. Und Pure ist natürlich nicht nur die Firma, die irgendwo im Internet ist, nicht greifbar ist. Man kann natürlich an Pure auch herantreten. In Westsachsen sind das natürlich die beiden großen Städte, Zwickau und Plauen. Korrekt. Ist Pure in beiden Städten vertreten? Ja, in Zwickau sind wir hier schräg gegenüber. Alter Steinweg. Alter Steinweg, genau. Altbekannt. Altbekannt, ein schöner, großer, neuer Pure-Shop, wie auch in Plauen, Bonhoeffer Straße. Da ist auch unsere Kopfstelle obendrauf auf dem Gebäude. Das heißt, da ist man quasi direkt an der Quelle unseres Netzes. Und ja, das ist der Anspruch, den wir haben. Wir wollen halt nicht nur, klar sind wir auch im Internet vertreten und man kann dort auch buchen, aber die Vor-Ort-Betreuung ist uns sehr, sehr wichtig, da wir auch reiferes Kundenklientel haben. Und denen ist gerade ein persönlicher Kontakt über den Shop oder Produktberater sehr, sehr wichtig. Dann zähle ich auch zur reiferen Klientel. Ein persönlicher Kontakt ist immer noch was anderes. Ja, das glaube ich. Ich hatte gesagt, Pure geht jetzt auch raus, macht Live-Geschichte, nur einmalig, Brian Adams. Aber ich habe noch was hier auf meinem Zettel stehen. Da geht Pure auch noch mal raus. Die Kinderlandtour. Was hat es damit auf dich? Ja, wir haben schon gemerkt, dass auch viele Familien jetzt in unsere Liegenschaft, unsere versorgten Liegenschaften ziehen mit Kindern. Und wir haben eine Pure Kinderlandtour zusammen mit Nickelodeon, dem bekannten Fernsehsender, der Spongebob und die Turtles, soweit als Testimonials hat, haben wir aufgesetzt. Die Tour, die tourt ab 16.06. ab Dresden. Und man kann sich da mal informieren, ob auch Zwickau dabei ist. Oder wir sind zum Beispiel in Plauen beim Spitzenfest mit dem Kinderland vor Ort. Da kann man unter pure.com slash Kinderland einfach mal schauen, wo die Tour dann als nächstes in der Stadt ist. Und es ist natürlich alles kostenfrei. Wir wollen das ein Stück weit auch ein bisschen was zurückgeben an unsere Kunden. Und einen schönen Nachmittag für Kinder und Eltern oder Großeltern machen. Toll. Pure kommt zu Ihnen oder, jetzt drehen wir den Spieß um, oder Sie kommen zu Pure. Also zu Brian Adams. Wir hatten es schon angekündigt. Diese Möglichkeit gibt es auch noch. Das letzte Mal, Herr Hund, als Sie da waren, da ging es um Karten für, ich glaube, Peter Maffay. Korrekt. Da gingen ja sämtliche Telefone in die Knie. Das freute uns. Ja, das ist mir klar. Jetzt bin ich gespannt, wie sich das bei Brian Adams anfühlt. Denn wir verlosen mal wieder wirklich Premium-Karten. Also nicht nur Eintritt. Der spielt in der Mercedes-Benz Arena in Berlin. Was verlosen wir alles noch in diesem Package? Ja, das ist ein rundum sorglos Event-Paket, möchte ich es mal nennen. Wir sind ja in der Mercedes-Benz Arena Telekommunikationspartner. Das heißt, wir sorgen dort für schnelles Internet. Nicht nur in der Mercedes-Benz Arena, sondern auch auf dem neu gestalteten Platz. Den kann man sich übrigens auch mal schön angucken vor dem Konzert meinetwegen. Und da haben wir eine exklusive Pure Suite, wo wir einmal zwei Karten verlosen. Inkludiert ist ein Parkticket. Da hat man einen ganz kurzen Weg nur zur Mercedes-Benz Arena. Man wird dann von der Hostesse Empfang genommen, wird zur Suite hochgeleitet. Man genießt dann ein Drei-Gänge-Menü. Natürlich kostenfrei und die Getränke sind auch noch on top. Wahnsinn. Und natürlich die besten, allerbesten Plätze auf den Künstler Brian Adams am 20.06. Ich bin jetzt schon neidisch. Aber ich darf nicht mitspielen. Ich darf auch nicht mitspielen. Ja, und es ist schlimm. Aber Sie können mitspielen. Wie sind die Bedingungen? Die sind eigentlich ganz einfach. Es können alle Westsachsen-TV-Zuschauer gerne anrufen unter der eingeblendeten Nummer. Da müsste nur das Commitment getroffen werden, dass wir auch zurückkontaktieren können. Das heißt, wir brauchen Name, Vorname, E-Mail-Adresse, Handy, Telefonnummer. Wäre sehr, sehr wichtig. Und ja, die Losfee lost dann quasi in unsere Zentrale in Leipzig dann am Donnerstag aus. Und wird dann sofort der Gewinner kontaktiert. Dann werden alle Informationen nochmal zusammen via Mail rausgeschickt. Also Donnerstag heißt morgen. Sie haben nicht allzu viel Zeit. Morgen, 12 Uhr, also Donnerstag, 12 Uhr fällt der Hammer. Hammer, was bis dahin nicht reinkam, nimmt auch nicht an der Verlosung teil. Denn das Ganze, das läuft dann auch noch über Pure. Da wird dort ausgelost. Und eine Woche später, also am 20.06. ist dann dieses Konzert. Die Anreise, die ist selbst. Genau, die eigene Anreise müsste selbst dargestellt werden. Aber sobald man dann ins Parkhaus reinfährt, ist dann alles von unserer Seite organisiert. Und der Herr Hund hat es auch schon angekündigt, am besten ist es wirklich eine Handynummer zu hinterlassen. Sie können natürlich auch eine Festnetznummer nennen. Allerdings, wenn Pure dann zurückruft und sagen will, Sie haben gewonnen und es ist keiner zu Hause, dann haben Sie nicht gewonnen. Das ist das Problem. Das wird schwierig, ja. Also Handynummer macht sich da immer doch noch ganz gut. Dann hoffen wir, dass die Telefone wieder glühen, aber die Anlage nicht zusammenbricht. Das ist eigentlich immer bei den Verlosungen von Pure sehr, sehr hochwertig. Da geht immer die Post ab. Das freut uns sehr. Herr Hund, ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie uns informiert haben über die neuen Angebote von Pure, dass Sie die Kartenverlosungsaktionen mitgebracht haben. Gerne. Und ich wünsche Ihnen und allen Beteiligten ein richtig tolles Konzert am 20.06. mit Brian Adams in Berlin. Danke. Vielen Dank auch an Sie. Vielen Dank.